Wir wollen ja mit unserem Familie Rewe natürlich auch die Region Ehingen unterstützen und jetzt haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir auch was für die älteren Generationen. Und aufgrund dessen, dass wir festgestellt haben, dass die Bushaltestelle hier ziemlich weit weg ist, es keine direkte Verbindung vom Seniorenzentrum zu uns gibt, haben wir gedacht, komm, das machen wir jetzt. Seniorenzentrum Ehingen bis in die Adolfstraße, ins Aktivcenter, einfach den Leuten das einfach ein bisschen zu erleichtern. Das ist eine Sonderfahrt, die wir organisiert haben, speziell für die älteren Herrschaften und es ist auch ein altersgerechter Bus, gerade mit tiefem Einstieg, auch für die, die mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Da haben wir, beziehungsweise unser Herr Wilke, hat sich da in Verbindung gesetzt mit der Firma Bayer, Busunternehmen, und die fanden die Idee ganz toll. Die Bewohner haben sich sehr darauf gefreut, also manche waren schon sehr aufgeregt heute Morgen, bevor wir losgefahren sind, schon sehr früh auf den Beinen und haben immer wieder gefragt, wann wir endlich losgehen. Die haben sogar mein Durchfahrt sausen lassen. Nein. Ja. Damit sie pünktlich beim Bus sind. Ja. Wenn man Menschen sieht, okay, wo man sieht, okay, man ist hilfsbereit, man möchte, man kann und solange wir können und wollen und machen wir das einfach auch. Also wir sind natürlich immer sehr froh, wenn die Leute ehrenamtlich oder überhaupt ein bisschen Engagement für die ältere Generation zeigen, weil wir, da sind wir darauf angewiesen. Wir haben nun mal unheimlich viele hochbetagte Menschen und denen auch den Respekt zu zollen. Es wäre schon sehr schön, wenn man mehr so Engagement hätte, natürlich, ganz klar. Und so, wie es nachher vom Seniorenheim auch angenommen wird, so werden wir das dann auch weiterführen. Das war natürlich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017